Hi, wir gönnt heute eine Fantasy-Con in Basel und jetzt machen wir... Ja, ich bin ganz nervös! Oh nein! Und jetzt gönn wir eine Fantasy-Con. Wie fühlst du dich jetzt? Dylan? Wie viele Fotos? Dylan! Pass auf! Als wär's das erste Mal Baby, baby, crash mich so oft Du willst ja, bis ich nicht mehr kann Und seit du da bist, sind alle Lichter an Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann Ich seh uns zwei in alt und grau Mit weissen Haaren und dicken Bauch Flash mich nochmal Als wär's das erste Mal Yeah Wir ham schon ein, zwei Kriege geführt Und ham schon drei, vier Zimmer demoliert Aber weil fünf Minuten ohne dich zu viel sind Bin ich auch mit 90 immer noch bei dir Ey, du flickerst mich so leicht um deine Finger Wenn du durch deine Laiehaare fährst wie immer Ich werd nun kontrolliert, wenn du vorbei spazierst Und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer Flash mich nochmal Als wär's das erste Mal Baby, baby, crash mich so oft Du willst ja, bis ich nicht mehr kann Und seit du da bist, sind alle Lichter an Du machst, dass ich nicht mehr schlafen kann Ich seh uns zwei in alt und grau Mit weißen Haaren und dicken Bauch Flash mich nochmal Als wär's das erste Mal Als wär's das erste Mal Als wär's das erste Mal Und es ist richtig nice da Also wirklich Da, schau Leute, schau mal, wer mir gerade gefunden hat Wartet Wartet Ich bin jetzt da oben Und ich hab Und ich hab Oh mein Gott, der Toastbrot Simulator Und er ist ein Donut Simulator Ja genau Ja genau Kommt halt einfach in der Schweiz Genau Ja und Dylan spielt noch Virtual Reality Ich warte auch auf die YouTuberin Und wenn sie einfach so geile Videos machen Und ja Ah Ich bin gerade oben Vorher Und dann Und dann Ich hab euch auch irgendwann mal gezeigt Und das da habe ich begonnen Das ist ein Pokéball Und da drin habe ich meine Katze Und da Sieht jetzt Wart es nicht um Ja Ich habe mir gedacht Entweder verliere ich sie wenn ich sie weiterhin lose in meiner Jacke habe oder sie gehen kaputt Also nämlich ein Pokéball Genau Ich habe ihn wirklich bekommen Also ja Nachher Leute, hast du da jetzt am YouTube Stand? Oh mein Gott, die Mama! Hallo! Ich bin gerade mega happy Und ja Jetzt müssen wir noch auf das Mami warten Fine Okay Wir suchen jetzt Dylan Genau 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 Wir gehen jetzt langsam Und Dylan ist glaube ich am Gamen Ich glaube eigentlich schon Ja Eigentlich war es heute noch mega geil Also ich glaube wir kommen jetzt nächstes Mal wieder Und vielleicht gehe ich nächstes Mal Oder keine Ahnung wann es dann schmeißt Als Evoli Als Evoli Ja Ja Ist das schon wieder Scheiße Das müssen wir nachlesen Ja Nein, die wissen es doch nicht Tschüss Also Tschau Schau unbedingt noch bei Ähm Bei meinen restlichen Videos vorbei Ja Eimi, gehst du einfach an den Martin Nein Das ist kein Martin Das ist ein Merlin Und ja Tschau